Ich bin Jason und ich bin von der Polizei. Ich beschütze die Diamanten. Oh nein, ich bin im Knast. Ich bin im Knast, ich muss irgendwie fliehen. Lieber kann die Diamanten stehlen. Ich bin müde. Hm, ich schlafe jetzt. Oh, Moment mal. Ich bin aus dem Gefängnis entkommen. Ja. Ich verschwinde von hier. Hey, ein Moment mal. Diamanten. Ja, Diamanten. Ja, Diamanten. Die Polizei ist am Schlafen. Ich habe den Roten und den Blauen. Was ist mit meinen Händen los? Was ist mit meinen Händen los? Meine Hände sind wegen der Diamanten blau und rot geworden. Oh nein. Schnell weg hier. Okay, schnell weg hier. Das war ein guter Schlaf. Die Diamanten sind weg. Lass uns damit schauen. Wo ist der blaue und der rote Diamant? Hier sind Handabdrücke. Hm, die gehen, die gehen hier an. Lass uns den Handabdrücken folgen. Also, hier ist einer. Hier ist noch einer. Und hier vielleicht auch hier. Hm, ich sehe mehr Handabdrücke. Hm, noch einmal Handabdrücke. Vielleicht kenne ich den Weg. Hier ist einer. Hier ist einer. Und hier auch. Hier ist der Gebetracht. Ah, nein, nein, nein. Du kommst in Gefängnis. Nein, 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 bitte nicht, nein. Schaum, nein. Bleib schuf. Okay. Oh, nein. Das ist gar nicht gut. Ich muss zurück ins Gefängnis. Du kommst ins Gefängnis. Jetzt. Nein. Komm in den Weg. Ich will nicht wieder ins Gefängnis. Mann. Nein, 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 bitte. Doch, musst du. Ich bin festgekettet. Oh, Mann. Ich komme jetzt einfach nicht mehr raus. Du bleibst jetzt erstmal im Gefängnis. Okay, okay. Okay. ! Ich bin festgekettet. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.